jo leute was geht ab konkurrieren herzlich willkommen zum video ja es gibt ein neues update bei boom beat frontlines und hier erfährt ihr die neuesten sachen wie ihr sehen könnt ist hier was neu als allererstes wichtigste änderung die kartenlevel wurden oben gehen deswegen kann sein dass ihr beispiel jetzt zum beispiel ein cluster 8 habt und danach auf einmal 10 liegt daran dass die reduziert wurden die kosten und so und deswegen hat das alles wirklich das ist die erste änderung die zweite änderung ist der shop wurde überarbeitet man kann jetzt hier also normalen shop halt wie man es kennt bei den clash games ich glaube das ist auch alles andere sache die kann ich euch jetzt nicht zeigen aber es gibt jetzt spezielle maps die events haben und es gibt nun missionen unter anderem gute sachen bekommen kann also man kann jams bekommen und halt coins platzende daily aufgabe und mehr gibt es ja eigentlich nicht zu entdecken beim neuesten update das ist die wichtigsten sachen wenn ihr mit mir mal zusammen spielen wollt hier seht ihr meinen freundescode gerne auch den discord beitreten link in der video beschreibung oder angebildeten kommentar wenn ihr mehr content sehen wollt das gerne like und abo da würde mich freuen bis zum nächsten mal